Guten Morgen, Kinder. Das ist Leslie Burke, ihre neue Schülerin. Wir brauchen einen Ort. Nur für uns allein. Ein magisches Königreich zum Beispiel, das nur wir beide kennen. Da oben siehst du das? Ja! Du siehst es? Wirklich? Ja. Ein gigantischer Traum. Oh mein Gott! Die Brücke nach Terabitia. Nach dem Kinderbuch von Catherine Patterson. Heute 5 nach 8 auf S1.